Der prächtigste Bulle der Playhistorischen Welt, der riesige Haube ist ein Blinkfass. Der prächtigste Bulle der Playhistorischen Welt, der riesige Haube ist ein Blinkfass. Er wird sehr gerne in Birnen. Na ja, gesellig bis zu einem gewissen Grad. Er verteidigt sehr gut ein Revier. Bullen dominieren die Herde und das hier, das ist der Leitbullen. In so einem riesigen Schädel und dann in der Sicherheit der Herde. Wer bitte könnte einem Toros aus noch gefährlich werden? Kaum jemand. Höchstens. Ein anderer Toros aus. Rieser, jüngerer Kunde will darum kämpfen, wer die Hände anführt. Der prächtigste? Händer 1. Das rätigste. Du kannst ja gar nicht schätzen, der Kampf ist normalerweise das letzte Mittel für den Thorosaurus. Normalerweise bleibt es bei einem Kampf der Posen, aber die beiden hier, die wollen es ausfüsten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020